Ja, hallo Willkommen, mein Name ist der NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse, jetzt wollte ich schon wieder ein anderes Projekt sagen. In der letzten Folge haben wir Genius Training abgeschlossen. Ich könnte theoretisch jetzt auch C18s Training abschließen, aber das lassen wir erstmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Story ein bisschen weiter. Ich stehe vor die Peilestin der Zeit und, äh, liegen, tue ich mehr, aber, ja, ich kann von sowas nicht sprechen, schade. Ich würde sagen, wir machen die Story mal wieder ein bisschen weiter und vielleicht schließen wir sie heute sogar mal ab. Uh, obwohl ich glaube nicht in dem Part, aber mal schauen. Soll ich vielleicht mal gucken, ob ich alles noch richtig habe hier. Ich habe mich entschieden, hier ein paar Änderungen vorzunehmen. Ich habe einmal eine Pose hier als Ausweichangriff, die es sogar bringt, komischerweise. Und ich habe auf den Super Saiyajin, also den normalen Super Saiyajin gewechselt. Weil ich bemerkt habe, der Super Saiyajin hält ein bisschen länger, so, weiß ich nicht, 10 Sekunden ungefähr, als der zweifache Super Saiyajin. Deswegen habe ich lieber den Super Saiyajin ausgerüstet, weil schadensmäßig habe ich da wirklich keinen Unterschied gesehen. Und ich setze das ja eigentlich nur ein, um meine ganzen Attacken wie Blödsinn, ich habe es gerade echt drauf, ne, um meine ganzen Attacken zu spammen. Und, ja, deswegen, Super Saiyajin bedeutet für mich mehr Spammen. Und wir machen jetzt eine Story weiter. Was ist, suchst du nach Trunks? Er ist zur Zeitkammergeilt. Ich spüre ein böses Key. Willst du auch gehen? Ja. Mir später, ich komme bald nach. Wir sind ja immer schon beim 30. Part, da können wir ja mal, weil sie nicht so gut wie durchspielen. Müsst du ja jetzt eigentlich nur noch dem Mikra kommen, oder? Oder kommt noch irgendwas anderes? Oh, super. Fukatsu, oder F? Pff, ich weiß. Ich bin irgendwo anders, süß. Hm, okay. Oh, die Dragon Balls. Wir sehen, wie wir da versiegeln, oder was? Immer so, anfangs, anfangs, die力häuser ist. Die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist. Darum ist es, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist, die力häuser ist. Gut, mal gucken, wie es sich nicht bewegt, aber trotzdem bleibt. Chaos pur, Rivalenkampf, was? Freeza, hi. Zell, hi. Und Majin Bu, hi. Oh, nee. Das kann ich jetzt schon sagen, dass ich das nicht schaffen werde. Das sind drei Gegner, die alle drei beitragen. Ja, warte auch in der Hölle. Ich brauche ein bisschen Hilfe, ganz ehrlich. Ich bin ja, warte auch in der Hölle. Ich bin ja, warte auch in der Hölle. Normalerweise würde mein Angriff hochgehen. Für normale Schläge. Das reicht. BAM! Das Zelt stellt sich voll hervor. BUFF! So! Und meine Setzseele hat es aktiviert. Okay, cool. Ja, das schaffe ich irgendwie nicht. Was? Ich mach den hier. Okay, beide wird gauern. Alle dreimalig. Normalerweise tut diese Pose zum Beispiel die Gegner weghauen. Im Gegensatz zu den anderen Dingen, die eigentlich dafür zuständig sind, die Gegner wegzuhauen. Und irgendwie nicht funktionieren. Bist du euch! Ich habe noch einen Knallertschiff gegen drei auf einmal kämpfen soll. Wie soll man denn als Nichts-Saya-jin schaffen, wo man nicht Angriff ist, wenn man kann? Oh, was? Son Goku, hi! Ich habe mehr Bälle. Oh, die sind jetzt bestimmt ganz schön angepisst, sie zu sehen. Oh nein, ich bin kein Super-Zeit-Saya-jin mehr, sehe ich gerade. Warum greife ich auch nicht Frise-Arbeiter an? Da ist nicht Frise-Arbeiter. Vielleicht kommen wir noch mehr, Leute. Wenn ich anderen schwäche. Nö, okay. Ich dachte. Sommergeil, ja. Sorry. Und Puzzle! Bah! Mit nur im letzten Moment abgebauen. Ich fass es nicht. Da sind schon zwei Typen neben Ideen. die ein bisschen stärker rennt. Aber ganz nebenbei. So, Frise ist schon mal weg. So, Cell, guck mal her. Die sind komischerweise sehr passiv, die Gegner. Hier, kennst du die Attacke? Boom! Oh, Mann! Nix, so geht das. Was kommt mal her? Sehr schön. So, Goku steckt sich auch sehr gut. Ich will mal sehen, welche Level die haben. Irgendwann mit 60, glaube ich. Äh, äh, äh. Genau, Posen. Und die Sitzel wird öfter aktiviert. Sehr gut. Oh, ich bin leicht tot, sehe ich gerade. Mann, hergeblieben. Oh, nein. Oh, nein. Wenn ich auch, aber ich gebe mich damit an. Das ist das. Doch, ich bin perfekt. Was ist das? Jawohl. So, wo ist jetzt noch übrig? Komischerweise hat Zongoko die ganze Zeit ausgehalten mit dem. So kann man auch ausrechnen, ne? Jetzt aber auch keine Angriffverein. So Ultimates und so. Aber ich... Oh, sehr gut. Noch was? Noch jemand? Oh, was? Oh, ich brauche jetzt meine Heilung. Oh, Entschuldigung. Verdammt. Obwohl, stimmt ja, warum greife ich an, ne? Ich glaube, der ist auf der Super Saiyan 4, wie geht er. So auf den ersten Blick. Das sah halt irgendwie so aus mit den langen Haaren. Erstmal pausen. Boah. Irgendwie klappt das auf Screen dauernd. Na, verdammt. So, ich bin jetzt Level 82. So. Jetzt kommt mal her. Sehr gut. Hey, kannst du die Attacke? Oh, nee. Super Ghost Comic Arts Attacke. Mal schon von denen. Nichts umsiegbar. Das Roku-Camp gegen Vegeta, klassisch. Was ein Roku-Freck gleich. Nicht gut. Oh, Mann. Komm her. Boah, was ist da los, ey? Alter, warum klappt denn das nicht mehr? Auf Screen hat das dauernd geklappt. Jetzt kriegt er immerhin. Boah, Hilfe. Jetzt aber erst mal auf damit. Gibt's doch nicht, ey. Hey. So, danke. Kannst du mal aufhören mit diesem Angriff? Boah, aber warte. Jetzt kriegst du einen in die Frisse. Und nochmal. Der macht die ganze Zeit diesen Angriff. Boah, frisst das. Und den hier. Und auch. Posen. Und den hier. Und den hier. Boah, hei. Jetzt sind wir auf die Eier gegangen. Oh, Song Goku. Warte mal. Ich lade mich erst mal auf. Aber weh, Song Goku darf nicht sterben. Hi, na? Alter. Fass Song Goku nicht an. Oh, jetzt bin ich dran. Sehr gut. Jetzt kommen wir ab. Verdammt. Oh, nein. Da wird nicht gut ausgehen. Das geht bloß weg von mir. Nein, 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 nein. Da sind schon wieder zwei Gegner. Wie soll ich denn das schaffen? So, kommt er. Alter. Warum ist meine Ausdauer immer so schnell weg? Oh, frisst das. Und das. Und das. Und das. Oh mein Gott, ey. Ich hatte drei Biken und der hat mir alles mit einer Kombo weggehauen. Mein Gott. Oh Gott. Ich überrasche mich, wer denn überhaupt machbar ist. So machbar sieht er nämlich nicht aus. Mann, lass mich in Ruhe. Du bist nee. Bisserst dich. Ist das. Und das. Und das. Und das. Und das. Frist den. Oh mein Gott. Warum ist das immer so beschissen? weiter sagen ich werde drei vier gegen auf einmal kommen